Machen wir weiter mit dem Kommentar von Berkay Chan. Du h*** so ein Paluten, ich f*** deine Mutter, du Bastard. Moin Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen Video der etwas anderen Art. Denn heute werde ich auf ein paar Kommentare eingehen, sei es nun von YouTube oder vielleicht ein Bild oder eine Frage von den anderen Social Media Seiten, wie zum Beispiel Twitter oder Facebook. Ja, ich weiß, mit diesem Video habe ich das Rad nicht neu erfunden, aber es war mir relativ wichtig, dass ich so ein paar Sachen mit euch kläre. Und das ist auch eine sehr, sehr häufige Frage, die hier direkt am Anfang gestellt wird, und zwar von Noel bei Facebook. Hey Patrick, warum hast du eigentlich kein Postfach? Habe dich leider nicht auf der Gamescom gesehen, also liegt dein Geschenk immer noch hier. Trauriger Smiley, mit freundlichen Grüßen, Noel. Ja, Leute, das tut mir auf jeden Fall sehr, sehr leid. Allerdings kann ich mir kein richtiges Postfach hier einrichten. Sturmwaffel hat das zum Beispiel bei seinem Netzwerk, was hier in der Nähe einen Standort hat. Bei mir ist mein Netzwerk leider in Berlin und dann ist das logistisch einfach nicht möglich. Ich freue mich immer, wenn ich irgendwo mal auf einem Event bin und mir da ein paar Geschenke überreicht. Aber ansonsten, ich habe jetzt schon in diesen paar Tagen Gamescom, habe ich so viel Kram, ich weiß gar nicht, wo ich da mit hin soll. Ich kann damit echt mein ganzes Zimmer tapezieren. Man soll ja niemals nie sagen, aber momentan habe ich kein Postfach. Vielleicht werde ich mich darum mal bemühen, hier vielleicht was bei der Deutschen Post oder so einzurichten. Die haben ja auch so eine Funktion, aber ich glaube, da kann man zum Beispiel dann keine Pakete hinsenden. Falls ihr da Näheres wisst, schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Joa, meine Damen und Herren, dann machen wir weiter mit dem Kommentar von Berkay Chan. Du Hurensohn, Paluten. Ich ficke deine Mutter, du Bastard. Ja, meine Damen und Herren, solche Kommentare gibt es vor allem unter den Clash-Folgen in letzter Zeit wirklich häufig. Das ist ein bisschen traurig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, ich habe dir doch nichts getan, Berkay. Was habe ich denn gemacht? Nur weil ich jemanden vielleicht bei Clash getötet habe oder selber getötet wurde, ist es doch kein Grund, hier irgendwie jemanden zu beleidigen. Ich habe mal bei meinen Kommentaren nach dem Wort Hurensohn gefiltert und ich war teilweise echt sprachlos. Also das ist in letzter Zeit, ist es ziemlich schlimm mit den Kommentaren, muss ich sagen. Natürlich gibt es noch super, super viele positive Sachen. Leute, die Team Edgar bei Clash wohlgesonnen sind, denn in nächster Zeit werden harte Zeiten für die Edgariane anstehen. Ich möchte da nichts spoilern, aber da müssen wir wirklich zusammenrücken und das Team supporten. Aber kein Grund zu beleidigen. Vor allen Dingen auch teilweise wird sich untereinander so krass beleidigt. Was ist denn da los, meine Damen und Herren? Jetzt kommt eine schöne Konversation von Twitter und zwar hat Iblali getwittert. Der Moment, wenn man nicht weiß, wie man sich vom anderen verabschieden soll. Warum gibt es auch 10.000 unterschiedliche Handschläge? Da konnte ich vollkommen Iblali zustimmen, beziehungsweise Viktor. Aber was mein größeres Problem ist, das ist schon bei Begrüßungen mein größtes Problem, habe ich dann darauf geantwortet, weil das tatsächlich so ist. Teilweise der eine begrüßt sich so, der andere macht dann irgendwie hier, check dies, das. Und dann hat Izzy was Gutes geschrieben. Wäre alle beim Händeschütteln geblieben, gäbe es das Problem nicht. Aber nein, wir müssen ja alle immer cool sein. Und dann hat er so einen coolen Smiley dahin gespleased. Ja, das ist aber wirklich so. Bin ich der Einzige, der da immer ein Problem hat? Teilweise weiß man dann auch nicht, okay, kennt man die Person jetzt gut genug, dass man sich umarmt? Oder schüttelt man einfach nur die Hände? Ich finde das immer wirklich komplett strange. Bin ich da der Einzige? Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare. Weil Leute, kann man ja nicht der Einzige sein. Oder vielleicht doch. Das war auch ziemlich, ziemlich nice von Ben Jakob auf Twitter. Der schreibt nämlich, wusste gar nicht, dass Edgar einen eigenen Stern auf dem Walk of Fame hat. Und dann steht dort Edgar Kennedy. Das ist ziemlich, ziemlich nice. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass Edgar mit Nachnamen nicht Kennedy heißt. Denn in Amerika, nur kurz zur Info, ist das eine sehr, sehr große Politikerfamilie, die auch schon mal einen Präsidenten Amerika zur Verfügung gestellt hat. Der wurde dann aber leider tragischerweise hingerichtet. Da gab es so eine ganz, ganz krasse Szene. Da war so ein Scharfschütze. Der hat dann eben den Präsidenten abgemurkst. Da gibt es auch noch Verschwörungstheorien bis zum geht nicht mehr. Aber ich finde das immer sehr, sehr süß von euch, wenn ihr dann irgendwie auch an irgendwelchen Schildern, da war glaube ich das eine Mal auch ein Supermarkt, der hieß irgendwie Edgar. Also der war dann, ich glaube das war irgend so ein Rewe, Edeka, was auch immer. Aber der wurde dann halt von niemandem namens Edgar geführt. Viele, viele coole Sachen. Ich finde das immer cool, dass ihr dann immer direkt die Verbindung sucht. Was ich allerdings nicht so cool finde, ist das hier. Und zwar, Leute, ihr solltet es nicht übertreiben. Denn hier, John fragt mich auf Facebook, moin, mal ganz ohne Quatsch, machst du irgendwie Gehirnwäsche oder so? Mein kleiner Bruder hängt nur noch an seinem Handy und schaut da irgendwelche Let's Plays von dir. Und hat auch so ein Minecraft-Schwein geholt und betet es an und nennt es Edgar und sich selbst Edgariana. Ja, das ist natürlich immer das Ding. Für Außenstehende wirkt das wahrscheinlich ein bisschen komisch. Aber John, frag doch einfach mal mit deinem, äh, frag deinem Bruder, was da los ist. Rede doch einfach mal mit ihm, anstatt dann irgendeinen Let's Player im Internet anzuschreiben. Weil du könntest wahrscheinlich auch einfach mit ihm reden und ihn fragen, wieso guckst du diese Let's Plays? Natürlich meine ich, ich mache doch keine Gehirnwäsche. Also ich, ich sage weder, ich liebe euch, ihr bedeutet mir alles. Leute, retweetet die Stars. Sondern ich, ich mache einfach, das ist doch auch ein Spaßprojekt für alle. Die Edgariana und die Story um Edgar. Und das ist doch cool, wenn die Leute, ähm, zusammenkommen und dann irgendwie Gemeinsamkeiten finden. Und ich feiere das, aber da kann ich... Gehirnwäsche? Ja, Leute, betet alle Edgar an. Din, din, din. Da hatten auch ein paar Probleme, letztens in der einen Folge. Wir bleiben mal kurz beim Thema. Als ich gesagt habe, ich bin Gott. Ähm, ist ein schwieriges Thema. Ich kann auch die Leute teilweise verstehen. Aber Leute, wenn ihr in eurem Glauben gefestigt seid, dann sollte, das ist doch nur ein Spaß, Leute. Leute, ich respektiere alle Religionen, alle anerkannten Religionen, wie zum Beispiel das Christentum, ähm, Buddhismus, den Islam. Ey, Leute, bin ich der Letzte, der damit ein Problem hat? Aber dann versteht doch auch mal den, den kleinen Spaß. Ich sage ja, ich sage, das war ja auch nur ein Scherz. Ich sage ja nicht allen Ernstes, oh, ich bin Gott. Das war einfach nur aus der Situation heraus. Leute, bitte. Ne? Ist nur Spaß. Jetzt kommt noch mal ein wichtiger Kommentar, und zwar von Felix Fritz. Warum bist du immer so gemein zu Peterle? Er spielt da sicherlich auf die Minecraft-Clash-Folgen an. Leute, das habe ich schon mal unter dem Video geschrieben. Ich bin einfach selber komplett nervös, komplett angespannt. Und ich bin jetzt auch nicht gerade so der große Leader, also der große Anführer, der alles so perfekt macht. Und ich bin dann selber immer angespannt. Und dass ich dann mal Peterle anflaume, ist nicht böse gemeint. Ich habe mit ihm darüber auch schon geredet, das ist alles easy going. Nur einer muss dann irgendwie mal den Kommandierungston anschmeißen und dann sagen, du musst das machen. Und wenn irgendwas nicht klappt, dann ist es aber auch einfach, weil ich, der Tod sitzt uns immer im Nacken, Leute. Der sitzt uns wirklich immer im Nacken. Und wenn man stirbt, ist es auf gut Deutsch gesagt ziemlich, ziemlich scheiße. Und wenn irgendwas nicht klappt, ich bin ja selber nicht perfekt. Ich bin der verplanteste Typ auf dem Planeten. Dementsprechend bin ich ja selber teilweise so, dass ich von mir selbst denke. Och, Digga, was ist denn los bei dir? Ist das jetzt dein Ernst? Also, Leute, ich mache das nicht mit Absicht, sondern das ist dann einfach aus der Situation heraus. Deshalb seid mir nicht böse, wenn ich manchmal mit Peterle anflaume. Das ist dann einfach aus der Situation heraus, weil ich nervös und angespannt bin. Also, Leute. Ja, meine Damen und Herren, mit diesem kleinen Bild von Haruka Sorimi verabschiede ich mich für heute von euch. Wenn ihr vielleicht mal wieder Bock habt auf ein richtiges Frag-Pallet zum Beispiel, dann schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Lasst eine kleine Bewertung da. Und ja, auch wenn es euch gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da. War einfach mal so ein kleines Experiment. Die verschiedensten YouTuber haben ja schon so ein Kommentar-Kommentieren auf ihren Kanälen gebracht. Wie zum Beispiel, in Anführungszeichen, das Original. Kelly kommentiert! Ja, war traumhaft gesungen, deshalb werde ich wahrscheinlich auch niemals bei DSDS antreten. Erstens, weil ich das völlig im Crap finde. Und ja, aber vielleicht kommt bald mein eigenes Album raus. Nein, bei mir kommt kein Album raus. Weshalb labere ich jetzt so Quatsch am Ende? Leute, das war's für heute. Haut rein! Ciao, ciao! Ciao!